Hallo Leute und jetzt willkommen zu noch einer Folge GTA 5 für die PS4 heute will ich euch einfach mal die Pio die Pflanze zeigen eine Pflanze besser gesagt eine Droh geht wenn man sie frisst also ist dann mit einem Tier ich glaube es ist die schon mal sehr verbreitet ist hier ist eine Location von der also hier könnte sie finden genau in Prozent bei diesem Kanal hier um Sausage Aí dass sie einfach mal darauf passiert Brat Park 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 und was werden wir Bergloven G Ja. Ja. Badass. Wow. I'm the baddest cat around. I'm in charge. This is... just... right. Au. Just... right. This is how it should be. This is it. Oh, da laufen die Leute schon vor mir weg. Hello, me. Komm zurück. Au. Au. Ich bin schon wieder auf die Fresse gewollt. Komm zurück. Komm her. Hallo. Ich fresse dich. Nein. 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 Hallo. Ich bin der tote du. Ja. Lustig. Aber ich glaube wir sollten uns zum nächsten Piotipppflanze aufbrechen. Also stürz ich mich mal schnell von einem Bär. das überleben diese dinge meistens nicht war aber fällt gar nicht ich stürme diese partie wenn ich hochkommen würde ach verdammt mehr vor allem ein paar Leute essen Rau Hallo kann ich schwimmen nein es tut ok so hey ich bin sogar neben dem Pool wieder aufgewacht hm zunächst wieder auf die Pflanze Handy aus Taxi anrufen ich bin ich bin er herrliche No problem aber er wurde ein paar Minuten zwischen vielen Dank okay der nächste also die nächste Pio die Pflanze ist hier unter Wasser es ist eine Unterwasser Pio die Pflanze oder war sie hier Prozent hier eigentlich genau da da Taxi 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 wo ist das Taxi Aua Scheiße oder es ist ja oder Taxi Aua 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 das mit Rhein da Aua 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 zu springen muss ja schnell gehen für die Folge ich bin ja nicht nur eine Pio die Pflanze zeigen vor die Ehe nur noch 10 Minuten nene 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 dann gehen wir mit dem Auto das geht schneller oh er hat mir geschenkt vielen Dank auch mit der Musik da Aua Aua nene Aua a ok hier musst du sie irgendwo sein r da glaube ich hoffe ich da habe ich hier schon genommen ich glaube ich habe diese Woche genommen es wäre jetzt natürlich sehr doof um aber ein der Ede hier trägt Kacke und vor allem jetzt hat es nur anderen so gehen musste hier sollen irgendwo muss ich sie suchen Prozent aber ein Ende ich will ich deshalb da hinfährt dann oder hierhin fährt danke so Taxi der Tags die brauche ich noch dann habe ich es oder 2 der Karte der Fing so wo auch danke dafür dass die Anrufe haben sich das ist ein Bond blabber ich habe blauwe Augen ouch Taxiii Wobei we springen 3 2 für die 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 er jetzt nein kommt zurück kommt zurück die danke du rufst auf kein Freikorps gehen Poppa Du warst mir da. Ich gehe doch nicht. Wer bin ich? Hallo? Oh. Hallo? Stürzt du ab? 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 Wenn ihr hier seid, müsst ihr nacht. Hier gucken und hier und hier und hier und hier ist sie. Ganz einfach. Und die es jetzt. No, 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 no. No, mal kurz schreiben. Hier ist sie. Oh, Drogen Ein Coyote Coyote Ok, er mag das Ding anscheinend sehr die Räume die Schuhe die Räume die Schuhe so B Coyote überfahren geht ja auch immer nur ich will nicht sein wird das langweilig ich habe mir die erste langweilige Sachen macht man stürzt sie von einer Klappe wo haben wir noch Zeit für einen nächsten um ja, komm ich kann euch ja noch eine Location zeigen wow nimm dich die nächste ist bei einem Los Santos Customs selbst 6 m mit Gustav wow 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 es tut gar nicht weh wow ja also ich zeige mal die nächste Location von der Pioti Pflanze und zwar hier ungefähr ja hier wenn wir jetzt ähm hinter den Los Santos Customs geht hier irgendwo müsste sie sein ihr könnt ihr mal suchen bei dem ganzen Schrott also bei der Müllerplage da auch so zu sagen ist sie so nur damit ihr wisst hallo wuuh ouch aah aah so und wenn ihr mehr Pioti Pflanzen Locations sehen wollt und noch mehr Gameplay wie ich irgendein Tier spiele durch die Gegend hüpfe dann bleibt das Video einfach und schreibt es in die Kommentare ähm ja mal sagen bis zum nächsten Mal ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet und tschüss Ich denke ich bin voll sondern ich bin ich bin ich bin ich bin du ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ha 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 ha! Nuh ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha! ist abt waaah 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.